herzlich willkommen bei einer neuen ausgabe mein senf mittlerweile die dritte aufnahme weil diese blöde kamera immer unscharf wurde ich hoffe das funktioniert jetzt das ist ja das format wo ich über so ein paar sachen ungeschnitten rede wo ich auch nicht großartig schneide sondern wo ich einfach mal meine meinung abgebe und heute soll es mir mal um verschiedene streams gehen und zwar um verschiedene große streamer ich befinde mich ja so in der kategorie 200 bis 300 zuschauer genauso wie der volu der ja immer so um die 300 bis 400 zuschauer hat und da finde ich so ein stream die interaktion mit der community ist irgendwie richtig cool ich erlebe sachen leute finden in meinem chat zusammen wie ich ja gestern in der nerd news berichtet habe kann mich mit und euch unterhalten über verschiedene themen über meinung und alles läuft in zu 99 prozent sehr gesittelt ab und das finde ich halt mega diese interaktion während des gamers und dass ihr quasi so ein bisschen näher an den streamer rankommt euch mal mit dem unterhalten können bei nach meinungen fragen können und das finde ich einfach super und dann gibt es ja noch die andere kategorie an streamern die größer sind die ja gar nichts wirklich dafür können dass der chat dann wesentlich schneller durchrattet dass man wirklich nicht mehr auf die einzelne person so eingehen kann und da will ich jetzt mal als beispiel zum beispiel domtendo also den domi und den unge nennen aber auch hier gibt es noch unterschiede und die sind teilweise gravierend weil domtendo zum beispiel der macht es so der guckt öfter mal in den chat schnappt was auf antwortet darauf reagiert darauf und antwortet definitiv auch immer auf die donations und wenn er mal was verpasst oder so dann tut es ihm leid weil so viele auf einmal reingekommen sind und dann gibt es noch so die größte kategorie zum beispiel den unge ich habe jetzt nichts gegen ihn ich habe jetzt aber auch nicht viel mit ihm zu tun ich finde er ist ein relativ sympathischer typ kann man auf jeden fall machen aber immer wenn ich so in den stream reingucke dann guckst du so da drüber dann kommen die donations rein und die reaktion ist null einfach null keine reaktion nichts gar nichts und das finde ich so ein bisschen ja schade eigentlich weil ich denke ein stream ist dafür da dass man demjenigen der normalerweise hinter der kamera steht also wie ich zum beispiel die news mache ihr sie euch anguckt die kommentare schreibt ich dementsprechend darauf antworte wenn es denn sinn ergibt noch mal ein bisschen näher zu sein und das finde ich erfüllt der stream bei einem unge gar nicht mehr weil der reagiert nicht mehr auf die donations da kommt halt gar nichts also jedenfalls die teile die ich gesehen habe vielleicht sagt er am ende streams noch mal alle donations an aber da kommen ja teilweise zehn stück hintereinander weg aber nicht mehr diesen kurzen satz davor zu lesen ist halt so ein bisschen schade finde ich ich meine es gibt noch andere streamer in ähnlicher größe die schaffen das auch das jetzt nicht irgendwie hier hält gegen unge oder so aber das ist einfach eine andere art zu streamen und da will ich mal eure meinung wissen was sagt ihr dazu findet ihr das cool an so einem kleinstream so 300 bis 400 leute oder vielleicht auch 100 leute oder seid ihr ja gerne in den großen streams wo ihr denn gerne zuguckt was da so passiert vielleicht habt ihr ja auch gar nicht viel mit dem chat an sich zu tun mich triggert das so ein bisschen ehrlich gesagt und ich hoffe einfach dass in ein paar jahren der kanal trotzdem er wahrscheinlich wachsen wird immer wieder noch chillige streams machen können und das ist auch so der grund warum ich den langsamen modus an habe erstens es ist prävention vor leuten die reinkommen und irgendwie den chat voll spam muss man nicht haben die geben dann relativ schnell auf und zweitens ich komme dann mehr mit den kommentaren mit ich will mehr mit euch interagieren ich will gucken wer macht was wer schreibt da war es wie gesagt ich kriege dann so eine sachen wie bjk und honeybee mit die sich dann verliebt haben über mein stream und sich jetzt getroffen haben und glücklich sind und das finde ich einfach toll ich will das einfach mitkriegen aber vielleicht seht ihr das ja anders vielleicht sagt ihr naja die großen stream sticker fahren mir auch ganz gut gerade bei den großen streamern wo dann mal so 5000 6000 zuschauer dabei sind und ja wie gesagt was haltet ihr davon lieber die großen oder lieber doch die persönlicheren streams würde mich mal interessieren und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten tag mittag oder abend bis zum nächsten video ciao